Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Mein Name ist Nico und wir beschäftigen uns heute mit dem Binden. Los geht's! Das Binden auf der Trompete gehört nicht zu den leichtesten Übungen auf diesem Instrument. Ich selber spreche aus Erfahrung, ich habe jahrelang damit rumgedoktert, bis ich endlich meine erste vernünftige und saubere Naturtonbindung spielen konnte. Ich habe viel Literatur ausprobiert, um endlich eine vernünftige Bindung spielen zu können und ich war schon auf dem Weg aufzugeben, dass ich das niemals richtig spielen kann, bis ich endlich gelernt habe, wie denn das Binden richtig funktioniert. Und in diesem Video zeige ich euch drei Möglichkeiten, wie auch ihr einen guten Zugang zur Naturtonbindung finden könnt und ich hoffe, euch natürlich auf diesem Weg unterstützen und helfen zu können. Kommen wir gleich zur ersten Übung. Mir war nie bewusst, dass zum Binden auch die Zunge gehört. Und wie ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass eine Bindung vom Prinzip her auch funktionieren kann wie ein Pfeifen, habe ich mir erst gedacht, das kann doch gar nicht sein. Ich kann pfeifen, aber ich kann keine Bindung auf der Trompete spielen. Also wie hängt das zusammen? Beim Pfeifen benutze ich die Zunge, um die Tonhöhe zu variieren. Später auf der Trompete ist es genau das Gleiche. Das heißt, auch die Zunge ist bei der Naturtonbindung beim Trompetenspiel mitbeteiligt. Um sich jetzt die Zungenposition bewusst zu machen, können wir übers Pfeifen gehen. Das heißt, wir nehmen einen Ton und versuchen die Tonhöhe nach oben zu variieren und wieder zu unserem Ausgangston zurückzukehren. Ich mache euch das einmal vor. Und das Ganze natürlich auch noch schneller. Und man merkt ganz deutlich, wie die Zunge sich nach oben und wieder nach unten bewegt. Und wenn man sich vorher nicht bewusst war, dass bei der Naturtonbindung die Zunge im Spiel ist, kann man sich es übers Pfeifen sehr gut bewusst machen. Probiert es mal aus. Ihr werdet es merken, wie die Zunge mitarbeitet. Die zweite Übung, jetzt ohne Pfeifen, ist sich die Zungenbewegung nochmal bewusst zu machen. Allerdings geht das Ganze jetzt mit den Vokalen. Und zwar haben wir drei Vokale im Einsatz. Das A, das E und das I. Alleine dadurch, dass ich jetzt ganz, ganz bewusst diese Vokale ausspreche, merke ich schon, welche Position meine Zunge einnimmt. Das heißt, A ist für uns. Da ist die Mundhülle ziemlich weit offen. Die Zunge ist weit unten. A. Der Kiefer ist offen. Der wird später beim Trompetenspiel natürlich zu sein. Wir nehmen für die tiefe Lage den A-Vokal. Jetzt, wenn ich nach oben gehe, geht es in eine E-Position. Und ich merke schon, die Zunge geht etwas nach vorne und sie geht auch hoch. Also A, E. Und wenn ich jetzt nach oben gehe, I, merke ich auch beim Sprechen schon, wie die Zunge noch höher geht. Also A, I, 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 I. Das macht meine Zunge als Bewegung. Also diese Übung, dieses Sprechen von den Vokalen, und später auch mit glissando verbunden bringt mich auch einen schritt näher an diese zungen arbeit wir gehen jetzt zur trompete und da zeige ich euch die dritte übung anhand von der trompete gehe ich natürlich nach den beiden vorübungen auch direkt in diese bindung rein ich benutze dafür immer ein sehr bequem ausgangston es ist bei mir das g1 und ich versuche nach oben zum c2 zu binden also beide töne mit null und als ersten schritt spiele ich die töne von unten nach oben jetzt nicht als bildung sondern mit inzwischen tönen a und h und auch wieder zurück um erst mal diese töne mir ins ohr zu bringen der zweite schritt ich lasse das weg und habe jetzt die töne g h und c und der dritte schritt bei dieser übung ist jetzt g und c zu binden nach oben genauso wie nach unten wenn ich mich da eingependelt habe und ein gutes gefühl mir für diese töne eingespielt habe gehe ich jetzt auch den nächsten schritt und binde nicht nur die töne g und c sondern eben auch noch das e mit oben drüber mit genauso wie mit dem g da noch eine etage bis zum g2 nach oben natürlich kann ich das auch nach oben oder nach unten erweitern ich kann diese übungen auch machen ich dem ich das zweite ventil drücke und liegen lasse oder das erste also chromatisch nach unten kann ich jederzeit machen wenn ich da töne erreiche die für mich bequemer liegen kein problem da kann man variieren und sich selber ausprobieren natürlich auch wenn man es mit den tönen auf auf dieser position der ventile schon kann auch da ist variation immer gut und ich benutze verschiedene intervalle dann indem ich das dementsprechende intervall drücke und liegen lasse beim spielen von dieser naturton bindung habe ich ganz deutlich gemerkt g cg wie sich da in dieser diesen etagen meine zunge mit bewegt das heißt meine zungen position verändert ich mache es noch mal und gehe jetzt von g bis zum c3 nach oben und versuche das tempo in etwa so zu spielen und damit ich natürlich unten auch ein bisschen locker bleiben kann gehe ich dann auch zum c1 nach unten und wenn ich mich jetzt diesen naturton bindungen annäher also beginnt noch mal durch pfeifen und die vokale sprechen und dann den schritt zur trompete mit den zwischentönen ich lasse ein zwischenton weg und ich spiele die bindung versucht es so langsam wie möglich zu machen wenn es klappt erhöht das tempo versucht aber dann nicht in etwa irgendwie zu spielen sondern nehmt euch ein metro in dem ihr spielen könnt nach oben natürlich dementsprechend keine grenzen gesetzt wenn man partout diese naturton bindung auf der trompete nicht hinbekommt und man merkt immer wieder es hat einen bruch es hat ein kratzen zwischen den tön dann geht erst mal von oben nach unten indem ich die muskulatur nach lasse fällt der ton automatisch nach unten wir machen das ganze einmal in zeitlupe von c2 auf g1 nach unten das heißt wenn ich jetzt diese töne nach unten treibe merke ich auch an einem ganz gewissen punkt jetzt wird es heikel jetzt muss ich dranbleiben jetzt muss ich kämpfen die luft fließen lassen mit meinem ansatz so eine eine laut zu form damit ich über diesen kritischen punkt nach unten komme und dann kann ich auch in einer bewegung quasi wie im glissando die töne verbinden auch nach oben ist das natürlich möglich ich mache es euch noch mal vor von oben nach unten von unten nach oben jawohl das in absoluter zeitlupe das kann ich natürlich musikalisch in solo literatur in etüden und im blasorchester oder symphonieorchester wo auch immer ihr spielt nicht anwenden sondern ich muss pünktlich die bildung spielen aber wenn ich zu hause trainiere versuche ich alle möglichkeiten mich einer sauberen naturton bindung anzunähern und das geht eben nicht nur indem ich literatur aus der armbandschule oder sonstigen sachen spiele sondern auch mit köpfchen verstehen wie das ganze funktioniert deswegen dieses pfeifen deswegen diese vokale sprechen zwischen töne auch die töne singen bringt mich den ganzen schon ein stück näher wieso ja ich habe die töne im ohr ich höre gut hin und kann mich dann dementsprechend auch dem mechanischen vorgang das heißt der zungenbewegung dem ansatz der luftführung annähern und eine saubere naturton bindung auf unserem instrument spielen habt ihr fragen zu dem thema dann meldet euch gerne meine kontaktdaten findet ihr unter diesem video ich drücke euch die daumen dass ihr die naturton bindung hinbekommt lasst am ende noch ein like und ein abo da das freut mich natürlich ungemein wir sehen uns nächste woche zu einem neuen video dranbleiben mit unserem motto bis bald und ciao und 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 und